Bitte was? Erdbeertorte. Ich habe jetzt einen Tipp, dass man weghaufen muss. Die Sammeln ist schon gut. Kommst du auf das Haus? Ja, ich habe... Ich werde den gehen. Ich habe noch ein paar. Das ist kein Einfall. Ich habe meine Katze hier, bei mir sitzt man wahrscheinlich. Ich hatte es da, bitte. Hattel. Ja, eben. So, Bombe. Das ist ein bisschen Luft, das ich noch zum Atmen habe hier. Na, Katze? Wer weiß, wie lange er noch hat, ne? Er hat heute nämlich die Ergebnis vom Tierarzt bekommen. Die Nierenwerte sind halt so oberste Grenze. Das heißt, wir müssen hier ziemlich zeitnah... Ja, nie in die schlechte Richtung. Wir müssen halt... Ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall irgendwie mal das Futter umstellen. Sonst kann das sein, dass er nicht mehr so lange hat. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Verweiligt sie. Zwölf. Eine Katze? Ja, ich hoffe, dass er... Alles andere ist soweit okay. Also, der Test auf Schilddrüse und alles gekriegt. Da ist alles wunderbar. Das ist halt nur die Niere noch. Die so ein bisschen... Ja, wie gesagt... Aber wie gesagt, direkt innerhalb der nächsten Tage das Futter umstellen. Na, Katze? Ja. Mag's schon nicht, ne? Kannst du waschen? Und dann... Woher... Kein Schaf gemacht. Klima vorbehalten. Einer von oben gegangen... Ich denke, er kommt von mir. Hä? Ja. 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 Der ist jetzt hier irgendwo oben drüber. Ja. Ich stehe im gleichen Raum, hab nichts abgekriegt. Ja. 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 Hier, pass auf, Marki, da ist was. Sehr gut. Ich bin tot. Ich freue mich an der Tür, ja. Jawohl. Ja. Das war nicht einfach alles. Sie können sicher viel, aber nicht alles. Außer dem Spiel hier, da kannst du alles. In der Otze. Das ist schon klar. Ich habe auch bewusst nur Otze gesagt. Oder Otze. Ja. Ja, das ist schon jetzt. Schädling in Stellung. Die Endreise-Fragung bleibt. Bereit. Granate geht raus. Bereit, Schatten abzulegen. Die Gegner haben eine Monze lokalisiert. Auf heimliche Aktionen vorbehalten. Der kann mir was leihen. Hier geht die Fenster auf. Interessant. Direkt bei B ist jemand. Die Endreise-Fragung ist ein Problem. Der ist ein Problem. Ein Problem. Die Endreise-Fragung ist ein Problem. das war mal wer am fenster das dürfte leiden gewesen sein ja ja ich muss kurz weg von links ein gegner verbleibt schön fürs team ja ich habe auch reingeholt der auf mich aber auch nicht das war vielleicht mal gucken wir mal unser dicks angehen unser formel 1 projekt angehen ja gut du hast ja ein bisschen was vor die habe ich schon Hunger ja 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 Fünf Sekunden bis Einsatz. Gelachsen der Bombe und den Schaft. Haltet nach anderen Ausschau. Kannst du mal aufhören mit dieser Scheiße? Du bist gleich von dem Headshot, Mensch. Du bist noch nicht da, dass ich da bin. Nee, wieso blenden die mal alle kaputt schiebt? Ich hab beim letzten Mal noch gelegt. Ich wollte gerade drüben, aber auch nicht. Oh, echt? Ziel entdeckt. Erster Stück. Dann haben wir sich ganz aktiviert. Wir haben hier mit einer Fluss. Wir haben hier mit einer Fluss. Wir müssen vor allem ausgeladen. Gerät konvertiert. Platz online. Ja. Die Schraube ist aktiviert. Heckvorgang eingeleitet. Hell eingesetzt. Ressourzo konvertiert. Hei hei hei. Worte mit mich, jawoll. Worte nur ausgeräumt, ok. Worte mit mir. Ich hab ihn nicht gewohnt. Werblich verbleibender Gegner. Schön, Martin. Ja, Martin, pass auf. Gegner eliminiert. Eigner Druck erfolgreich. Komm raus. Eben. Eben. Eben.